Hallo Leute und zwar möchte ich noch ganz kurz was vorab sagen und zwar könnt ihr euch jetzt für meinen Clan bewerben den ich mit ein paar Leuten führe die ich schon ziemlich lange kenne. Der Link wird in der Beschreibung sein und könnt euch da mal bewerben wenn ihr wirklich auch gut seid. Der Clan ist jetzt eigentlich nicht schlecht und das war es noch und viel Spaß mit dem Video und der allergrößten Runde in meinem Leben. Das ist die neue Map of Hive. Ich fände die jetzt nicht wirklich so gut. Ich frage mich. Es ist mehr so ein MCSG Style. Ich fände die passt nicht so auf Hive und ich frage mich. Eigentlich auch warum die angenommen wurde weil die ist wirklich nicht so gut gebaut. Natürlich schlecht ist sie nicht oder so. Aber naja ich finde sie passt nicht so auf Hive. Und ja das ist jetzt etwa mein 123. Aufnahmversuch. 1,2,3. Nein aber ich bin jetzt seit etwa 4-5 Stunden dran. Und ich kriege einfach nichts geschissen. Ich bin einfach richtig scheiße. Irgendwie von 23 auf 17,5k oder so runter. So läuft auf jeden Fall. Ich kenne mich auf der Map nahezu gar nicht aus. Ich laufe einfach irgendwo hin. Ich loote irgendeine Chess. Ich wurde heute sogar schon einmal zur Fünfer teamt. Also das war einfach das Beste was bis jetzt passiert ist. Ja da hinten sieht schon aus als würde mich hier ein bisschen targetten wollen. Ja gut. Dann ist das jetzt ne Aufnahme. Wie mich immer targetten. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. So jetzt. Der Move. Ah ne er ist nicht hängen geblieben. Schade. Der targette mich jetzt wegen dem Stuff. Ach ne wir haben noch denselben. Der Joke. Ah ok gut. Das leute ich sicher mal hoch. Wahrscheinlich wird er mich eh noch bekommen. Ich werde jetzt einfach die ganze Zeit wieder beim Kuchen durchlaufen. Also so schnell ist der jetzt nicht. Der bleibt ein bisschen aufhängen. Ups. Damit hat er jetzt aber zum Glück nicht gerechnet. Ach ne wieso. Kann ich dann nicht mal Glück haben, dass ich dann wenigstens ne... Ein Schwert in der Chest habe er nicht schon getargetet werde. Also come on. Hat er jetzt den Kuchen abgebaut. Ach man. Ich hab so das Gefühl der will mich wirklich. Hallo. Hallo. Ich hab noch den selben Skin. Es ist locker noch ein zweier Team. La. La la. La. La la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Oh, ne Goldhose. Hallo Freunde. Ich bin der getargetete. Jetzt sind es 3 Minuten. Ich warte nur darauf bis der andere mir entgegenkommt und mich abzwängt und mich dann tötet. Ach ja, das gibt ein. Ach ja, da kommt der Nächste. Mal schauen, wie lange der mich jetzt erfolgt. Lalalala. Okay, super toll die Runde.